hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer wir sind hier unterwegs mit cosplay dazu füge ich jetzt mal hier das menü ein und heute soll es auch über cosplay gehen ihr habt gerade gesehen mit der rechten maustaste kann ich hier das menü einfügen und jetzt wollen wir auch dazu mal ein kurs erstellen also der erste cosplay kurs wir haben hier einmal ein job erstellen und dann können wir hier auswählen cp feldarbeit dann wählen wir hier mal das feld so jetzt müssen wir noch mal den zielpunkt ändern und die feldposition müssen die hier wählen jetzt haben wir erst mal hier so eine anfangsposition gewählt und das feld das hat hier so eine umrandung wie ihr hier schön außenrum sehen könnt ist sehr detailliert erstellt so jetzt eröffnen wir den kurs generator und hier sehen wir schon die arbeitsbreite wird automatisch übernommen wir nehmen hier mal hoch runter ist eigentlich egal was ihr nehmt und dann machen wir noch mal vorgewendet bahnen eine also das heißt dass da dann noch mal eine runde außenrum fährt und dann hoch und runter fährt dann haben wir hier noch verschiedene zusatzeinstellungen die brauchen aber jetzt erst mal nicht und wir sagen jetzt mal generiere feldkurs so dann sehen wir hier wir haben hier einen sehr schönen kurs der uns gezeigt wird und der startpunkt ist hier und dazu schauen wir jetzt mal hier in unseren kurs play menü rein und jetzt fahr mal in richtung dieses punktes also ihr müsst ja noch erster wegpunkt auswählen dann noch vielleicht den kurs speichern das wäre sehr sinnvoll wir speichern den mal unter neuer ordner wir nennen das jetzt mal tutorial und dann kurs speichern so eintrag kurs speichern jetzt also ich habe vergessen hier das aktivieren noch mal zu betätigen das ist ganz wichtig und dann müsst ihr hier noch einen kurs namen eingeben 12,2 gruppe gruppe das jetzt mal und jetzt haben wir hier den kurs auch noch gespeichert so und jetzt können wir eigentlich das ganze jetzt schon starten lassen indem wir jetzt einfach mal hier die auswahltaste drückt und sagt okay lass das mal losgehen der weile können wir uns mal die einstellungen anschauen also wir können hier fahrerlohn auf null prozent setzen automatische reparatur können wir noch einstellen controller freundliches hat brauchen wir ja nicht weil ich habe keinen controller dann hier haben wir speicher und was haben wir hier noch ja so ein paar versatz und geschwindigkeitseinstellungen ich will jetzt nicht alle durchgehen aber ich denke ihr versteht das schon aber noch eine ganz wichtige ist beim kurs generieren wir haben jetzt hier wir schön sehen könnt die nicht scharfen ecken genommen das können wir noch mal ändern indem man den kurs neu erstellen öffnet cp kurs generator so und jetzt nehmen wir mal hier scharf generiere feld kurs jetzt haben wir hier noch mal einen neuen kurs und ihr seht schon hier die ecken die sind jetzt viel genauer und das heißt wir lassen jetzt nichts übrig und jetzt machen wir das ganze noch mal und tun jetzt mal den wieder starten lassen so dann sehen wir wenn da jetzt hier hoch fährt der macht ganz scharfe ecken also nicht solche weichen wie es vor uns vielleicht gesehen habt sondern die sind sehr sehr kratzer und scharf und ihr lasst da nichts übrig stehen das ist vielleicht noch ganz wichtig darum würde ich weich eher weniger empfehlen und jetzt tun wir den noch mal speichern aktivieren und dann nehmen wir hier mal 12,2 jetzt haben wir zwei verschiedene kurse also den hier können wir noch mal umbenennen eintrag umbenennen das geht jetzt hier kann man zwei dann habt ihr hier zwei verschiedene möglichkeiten für euer gerät und wie ihr seht haben wir hier eine ganz ganz scharfe kurve also da tut dann wieder zurückfahren und versucht zeit so genau wie möglich zu machen und das ist natürlich besser wenn man auf ertrags optimiert arbeiten will der fährt jetzt hier drumrum und das fährt jetzt auch noch weiter ich hoffe ich konnte euch damit helfen und ihr habt was gelernt dabei wie wir jetzt cosplay bedient oder die ersten kurse erstellt wisst ihr jetzt und nächste woche können wir noch mal behandeln wie autodrive und cosplay miteinander funktionieren damit viel spaß im es und vergesst nicht mein kanal zu abonnieren ich danke auch den die abonniert haben in der letzten zeit und damit